Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Während 10 von 12 Monaten sind die DOL-Banane der meistverkaufte Artikel in unseren Läden. Grund genug, sich wieder einmal mit diesen beliebten Dauerbrennern auseinanderzusetzen. Auf der grossen Plantage von DOL in Costa Rica entwickeln sich aus den Ableger von alten Pflanzen innerhalb weniger Wochen 6 bis 10 Meter hohe neue Bananenstauden. Die Arbeiter, die im Anbau tätig sind, wohnen mit ihrer Familie direkt auf der Plantage und können so während dem Wachstum und der Blütenzeit die aufwendige Pflege und Kontrolle der heiklen Pflanzen besser übernehmen. Nach der Ernte, dem Sortieren und Verpacken von den 30 bis 40 Kilo schweren Bananenbüschel sorgt DOL selber für einen Transport mit modernsten Kühlschiffen nach Europa. Wegen der guten Qualität und der Produktion, die auch auf die Natur und die Wiederverwertung von Papier, Kunststoff und Wasser Rücksicht nimmt, ist DOL als erstes Agrarunternehmen mit der ISO-Zertifizierung ausgezeichnet worden. Auszeichnet worden ist auch unser heutiger Gast, und zwar mit dem Titel Miss Malaysia 2000. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Mai Ling. Hallo, Mai Ling. Hallo, Pascal. Ich finde das super, dass ich mit dir Schweizerdeutsch sprechen kann. Ja, das kommt davon, weil ich jetzt da aufgewachsen bin. Mai Ling, du bist Miss und somit Botschafterin von deiner Heimat Malaysia. Was führt dich zu uns? Ja, diese Woche kann man im Superkartspiel eine tolle Reise auf Malaysia gewinnen. Und übrigens, dort hat es auch Bananen. Und vor allem haben wir auch eine Küche, die euer ganzen Welt beliebt ist. Und so ein exotisches Gericht mit Bananen aus der Aktion wirst du uns jetzt zusammen mit Andi Zaug vom alten Stefan in Solothurn präsentieren. Salut, Mai Ling. Grüß dich, Andi. Heute machen wir ein feines Reisgericht mit Bananen. Grüß euch miteinander. Schweinsgeschnetzelte, alle Minüte mit einer Marinade aus grünem Curry, Sojasauce, Ananassaft und Erdnussöl marinieren. Und das Ganze im Frigor eine halbe Stunde ruhen lassen. Und für den Reis, da könntet ihr entweder Thai, Basmati oder Creole-Reis im Salzwasser gar kochen. Und währenddessen sie Ananasscheiben, Zibbeln und Bambuschbrossen vorbereiten. Bananenstücke im Rohrzucker verwenden. Dann im heissen Brotbutter innen kohlbraun braten. Und rausnehmen und an die Wärme stellen. Schweinsgeschnetzelte aus der Marinade nehmen. Gut abtropfen und im heissen Wok kurz anbraten. Zibbeln im Fond dämpfen. Ananas, Bambuschbrossen, Peperoncini oder Ingwer kurz mitdämpfen. Die Limonenschale und den Saft dazugeben. Mit Kokosmilch ablöschen. Mit grünen Currypasten und Sojasauce abschmücken, aufkochen. Und das Fleisch nach dazugeben. Und kurz aufwärmen lassen. Dann mit den Bananen das Gericht ausgarnieren. Und mit gehacktem Peterli oder Koriander bestreuen. Das Rezept findet ihr wiegäng in der neuen Coop-Zeitung. Auch ich kann das Rezept sehr empfehlen. Ein gutes Zusammenhang. Danke, Meiling und Andi, für die fernöstliche Inspiration. Dann kommen wir jetzt zum Superspiel. Heute offeriert von folgenden Sponsoren. Chocato, Drink mit Caco, Bär, Panada, Promossal, Kellogg's, Riegel, Frosties, Smacks und Choco-Crispies, Adidas, Showergel, Team und Woman's Board und Thai Kitchen, Kokosnussmilch. Die Basis für die fernöstliche Küche. Die Zuschauer hier im Studio haben ihre Karten schon ausgefüllt. Und ich bitte jetzt Meiling, eine zu ziehen. Ja, wer hat euch heute das richtige Lösungswort rausgefunden, was ich natürlich hier nicht verraten darf. Und zu diesem Gutschein von 10'000 Superpunkten gewonnen hat, heute Herr Harry Mechler. Herzlichen Gratulation. Mit diesem Gutschein können sich eine schöne Prämie aus dem Superkatalob bestellen. Danke. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, Meiling, mit deren Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Vielen Dank fürs Volk. Vielen Dank. Auch Sie zu Hause können natürlich wieder mitmachen an der neuen Runde vom Superkart-Spiel. Einfach die Karten im Laden oder den Coupon aus der Goldzeitung ausfüllen und uns bis am 2. November zurückschicken. Zu gewinnen gibt es einen Flug mit Malaysia Airlines nach Kuala Lumpur, zwei Übernachtungen im Hotel Marriott und sieben Tage Ferien auf der Trauminsel Pancor laut Resort. Die Reise für zwei Personen hat einen Wert von 7'200 Franken. Dazu gibt es 100'000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Wie wir am Anfang gesehen haben, machen auch die Talbananen eine weite Reise. Mit dem Schiff von Costa Rica nach Antwerpen. Dann von Antwerpen mit der Bahn in die Goop-Bananenreiferei, wo das Team für die Eingangskontrolle schon bereitsteht. Wer denn die Verantwortung hat, dass Bananen schön gell werden und wie die empfindlichen Früchte bis in den Laden hinein gehackt und gepflegt werden, damit wir sie in einen Einkaufswägel legen können, das ist das Thema einer weiteren Sendung. Da zum Schluss noch eine Woche-Hit aus dem Goop-Restaurant. Hackfleischkügelchen und Specksauce, Härtapfelwürfel, Rüebel und Erbschen für 13.50 Franken. Das war es für heute aus dem Goop-Studio. In einer Woche sehen Sie bei uns unter anderem, was es braucht, bis man in der biologischen Landwirtschaft die knackigen Äpfel pflücken kann. Es wäre schön, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei wären. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.